Die Pflege, die Gesunderhaltung der Haut und auch Anti-Aging, das ist bei einem Kosmetik-Termin möglich. Die Kosmetikerin arbeitet professionell und gründlich. Nach der Reinigung wird der Hauttyp und der Zustand der Haut ermittelt. Darauf basierend werden für die Behandlung passende Wirkstoffe zusammengestellt und auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen und von der Haut aufgenommen. Bei einer Kosmetikbehandlung können unter anderem auch Augenbrauen und Wimpern gefärbt werden. Die Gesichtsmassage ist ein sehr angenehmer Teil der Behandlung. Besonders wirksame Anwendungen werden in den Betrieben durchgeführt und dafür oft auch moderne Apparate eingesetzt. Die Arbeit der Kosmetiker umfasst auch die Pflege der Hände und des ganzen Körpers. Von Hautproblemen Jugendlicher bis zum Anti-Aging, ein Termin bei einer Fachkraft tut immer gut. Die Kosmetikerinnen und Kosmetiker ihres Vertrauens finden Sie auf wkoa-z.at. Bei uns sind Sie in sicheren Händen.